Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von PEC-EASY-M. Tag der offenen Türbein Lou Couture am Freitag 27. und Samstag 28. März im Berufsbildungszentrum Willisau. Präsentiert werden Outfits und Accessoires passend zum Frühling. Wie wäre es sich mit einem Gäubchen zu inspirieren und die aktuellen Trends und frischen Frühlingsfarben zu erleben? Erfahren Sie mehr über das Atelier, das die Mode genau nach Ihren Vorstellungen designt. Lou Couture in Willisau und Luzern entwirft für Sie Ihr Wunschkleid nach Mass. Wäre es nicht schön, beim Ausgang Blick zu verführen? Erfolg und Kompetenz zu vermitteln bei Arbeit und Beruf ist auch eine Sache der Ausstrahlung und nicht nur der Worte. Statt zu nehmen, was sie hat, bei Kleidern ab den Stangen, haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Wünsche anzubringen. Die passende Bluse zur Lieblingshose, der perfekt sitzende Chip zum Oberteil. Wie wäre es mit einem neuen Sommerkleid im Look vom Handtaschli? Oder umgekehrt das entsprechende Accessoire zum Doppier? Auch das finden Sie bei Lou Couture. Jeder Mensch ist anders. Sie haben sprichwörtlich Ihre eigene Linie, Ihre eigene Mass. Lou Couture misst, bis es passt. Ändert, bis Ihre Figur gut zur Geltung kommt. Kaschiert dort, wo es stört und betont dort, wo es lohnt. Stellen Sie Ihre Vorzüge ins rechte Licht mit individueller Mode aus dem Ausbildungsatelier von Lou Couture in Willisal und Luzern. Bewendet werden da hochwertige, natürliche Stoffe. Darauf schaffen in akribischer Handarbeit angehende Bekleidungsgestalterinnen und Gestalter unter der fachkundigen Leitung der Rufina Hümer ihr Wunschkleid nach Mass. Oder wenn es einmal nicht mehr passen sollte, wenn es drückt oder zwickt, da wird es wieder passend gemacht. Verstehen Sie, nicht nur mit Ihren Kleidern zu beidrücken. Ein schönes Fular, die richtige Tasche, gehört dazu wie ein Töpfchen auf Sie. Lou Couture präsentiert dazu eine handverlesene Auswahl an Hand- und Reisetaschen von Peg Easy und Semmer. Lou Couture spricht aber nicht nur Frauen an. Rufina Hümer überrascht mit einem auserlesenen Angebot von feinen Roben für den Mann. Und dazu ergänzend Gürt, Krawatte oder gar einen Hut. Am nächsten Freitag und Samstag haben Sie die Gelegenheit, Auszubildenden über die Schultern zu schauen. Erleben Sie den Modefrühling mit all seinen frischen Variationen und Kreationen im Schlossfeld beim Brussbildungszentrum. Rufina Hümer und ihr Team heissen Sie recht herzlich willkommen am Tag der offenen Töre bei Lou Couture in Willisau. Dieser Beitrag ist Ihnen präsentiert worden von Peg Easy M.